Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Böse Nachbarn. Jo, einfach nur böse Nachbarn. Wir machen die Episode, die Geburtstagsfeier braucht 60% mindestens, um abgeschlossen zu werden. Manchmal ist es notwendig, den Tagesablos des Nachbarn mit einem Streich zu verändern. Ah, okay. Der Nachbar hat Geburtstag und feiert diesen mit seinem einzigartigen Freund, sich selbst. Er bläst die Kerze aus und wünscht sich selbst alles Gute. Ab und zu schaut er aber doch in den Briefkasten. Ob er nicht vielleicht eine Karte mit Glückwünschen bekommen hat. Oder gar ein Paket. Damit der Nachbar nicht so allein und trostlos feiern muss, wird Wodi ihn besuchen. Sechs Streiche gibt es wieder. Alles klar. Okay, erstmal wieder in die Kommode gucken. Okay, Dynamit, Filzstifte und eine Mausefalle. Die Mausefalle kommt bestimmt in den Briefkasten. Okay, da kommt das Dynamit rein. Oh. Ähm. Mit dem Edding muss ich das hier wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Er wird wahrscheinlich zu dem Verbandskasten hier laufen, so, oder? Nehmen wir das Klopapier mit. Und die Seife. Da ist nichts drin. Okay. Okay, und nach oben wird er nicht gehen. Wir brauchen sechs Streiche. Wenn ich das mache und das mache. Okay. Dann mache ich jetzt mal das hier. Ich würde sagen, ich muss damit anfangen. Dass er... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ei. Es gibt noch ein Ei. Sechs. Okay, ich muss damit anfangen. Oh. Das war not even close, würde ich sagen. Okay, Streich Nummer eins. Jetzt kommt das Dynamit. Das ist Streich Nummer zwei. Streich Nummer drei. So, dann ist das hier unten. Streich Nummer drei. Streich Nummer vier. Streich Nummer fünf. Und Streich Nummer sechs. Hehe. Okay, sehr geil. Ich bin gespannt, ob das hier mit der Seife richtig ist. Aber müsste es eigentlich. Ich schätze schon. Ja, dann rutscht er hier aus und knallt voll ins Klo oder so. Das wäre witzig. Okay, nein. Aber hier das Klo? Yes. Oh, auf Anhieb, Leute. Auf Anhieb. Sehr geil. Wow, vier Minuten. Die Bimps stolz auf mich. Geil. Okay, nächste Episode. Der Apfelkuchen, okay. Wo rutscht es sich besonders gut? Merke, nicht nur im Badezimmer gibt es Fliesen. Okay. So, ein Apfelkuchen. Der ist fein, denkt der Nachbar sich. Und wärmt sich sein nächstes Stück im Mikrowellenherd auf. Hm, ein Gedicht. Doch bei all dem Genuss darf auch die äußere Körperpflege nicht vernachlässigt werden. Ein kleiner Abstecher ins Bad wirkt da oft Wunder. Dass dieses Vergnügen nicht ungestört bleibt, dafür würde ich schon sorgen. Sieben Streiche gibt es diesmal, okay. Okay, sechs Minuten Zeit, 65% Mindestabschlussrate. Okay, der Briefkasten hat diesmal nichts damit zu tun. Weil, ne, ist zu. Okay, als erstes Stück Apfelkuchen aufwärmen. Alles klar. Können wir da, ah, okay. Seife. Okay, erwartet er an der Mikrowelle. Alles klar. Okay. Was haben wir denn hier? Rasierschaum. Sieht aus wie Schlagsahne. Und was haben wir hier? Okay. Und Superkleber. Okay, wir müssen definitiv... Haarwuchsmittel... Müssen wir was mit dem Kuchen machen? Ich weiß es nicht. Wo geht er lang? Da unten, okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder das Klo verstopfen, würde ich sagen. Deo-Stift und Aftershave. Aftershave wahrscheinlich. In den Deo-Stift müssen wir den Kleber, glaube ich, reinpacken. Ich gucke mir das jetzt erstmal kurz alles an. Mit dem Edding wieder den Dings. Das wäre ein Streich. Der zweite Streich mit dem Klopapier. Haarwuchsmittel in das Aftershave. Superkleber in den Deo-Stift. Das sind schon mal vier Streiche. Fünf, die Seife. Sechs, die Schlagsahne. Und sieben, das Ei. Womit müssen wir denn am besten anfangen? Mit dem unten? Ne, ich glaube, das unten müssen wir als... Ja. Ja, ja. Müssen das hier oben als erstes machen. So. Seife. Schlagsahne. Ersatz. So, Rasierschaum halt. So, dann hätten wir das. Ah, was hat er hier gerade gemacht? Ah, das war der Deo-Stift. Okay. Deo-Stift müsste Superkleber sein, schätze ich jetzt mal. Gehen jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Edding an das Bild seiner Mom. Malen sie natürlich wieder an. Das ist dann der Übergangs-Dings wieder. Okay. Klo verstopfen. Superkleber in das Deo. Genau, dann Superkleber da rein. Und dann das in Haarwachs. Äh, in den Deo-Spray. Abwachsmittel. Das dauert gerade ganz schön lange mit dem Kuchen, ne? Vielleicht hätten wir auch erst Schlagsahne machen müssen. Oder? Vielleicht erst Schlagsahne? Dann jetzt sieht er das Bild. Genau. Dann vielleicht, also das Letzte ist erst Seife und Ei vielleicht. Das kann auch sein, ne? Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Okay, also die passen jetzt alle schon mal zusammen. Perfekt. Wir haben jetzt noch zwei Streiche, die wir spielen. Scheiße, nur noch zwei. Wir brauchen noch 44%. Schaffen wir nicht mehr, oder? Wir müssen ja jetzt beide 19% geben, irgendwie. Okay, da gibt es 20 und 3. Okay, dann brauchen wir jetzt noch 21%. Das heißt 18 und den Bonus am besten. 15. Und den Bonus. Okay. Müssen wir die Streiche echt... Okay, wir müssen die nochmal anders spielen, Leute. Folge neu starten. Alles klar. Dann schätze ich müssen wir mit der Schlagsahne anfangen. Oder? Hm, man munkelt. Da wartet er halt so lange vor. Das heißt, das muss eigentlich als letztes sein, schätze ich jetzt mal. Ja, das muss definitiv als letztes. Das heißt... Erst die Schlagsahne. Dann den ganzen Schmarrn da unten. Oder? Ja, doch. Ich denke schon. Machen wir das mal so. Das heißt, wir fangen mit der Schlagsahne an. Können wir das schon mal machen. Alles vorbereiten. Die Seife muss dann als letztes, definitiv. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir das Bild vielleicht erst hier nachmachen sollten. Oder davor. Das ist so die Frage. Aller Fragen. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Machen wir jetzt erstmal das Ganze hier. Äh, nein. Super Kleber dort rein. Das dort rein. So. Machen wir jetzt das Bild am besten schon? Er braucht halt nochmal Ewigkeiten, um hochzugehen, ne? Aber er hat dann ja die Seife oben. Ah, wir machen das jetzt schon, komm. Ah, nee, das dauert zu lange, glaube ich. Machen das danach. Wir machen das danach. Ich kann, glaube ich, schon mal... Ich gehe mal den anderen Weg. Ich gehe mal so. Genau, er geht nämlich jetzt schon... Ja, doch, doch, doch. Dann sieht er gleich erstmal das Klo und so. Zack. Seife hin. Das. Oder? Hoffen wir mal. Wir haben jetzt schon 26%. Jetzt kriegen wir durch das... Durch das Haarwuchs mit... Ne, durch den Superkleber kriegen wir schon mal 20%. Bloß die drei Boni. Haben wir schon mal 49%. Sehr gut. Gleich der Deo-Stift. Okay, 64 plus drei sind 67%. Jetzt haben wir noch drei... Drei Streiche. Jetzt kommt der erstmal... Ja, das Bild musste dazwischen. Das Bild muss jetzt dazwischen. Sonst hätten wir das bis da oben niemals geschafft. Rechtzeitig. Mit der Leiste. Es gibt acht. Okay. Wir brauchen nur noch 22%. Und diese zwei Sachen werden definitiv 22% geben, oder? Er holt erst jetzt den Kuchen noch. Shit. Was dürfte eigentlich... Er geht halt so langsam, ne? Das ist unbelievable. Ah, doch, doch. Ja, das gibt acht und nochmal drei. Uh, Leute. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Somit haben wir auch dieses Level, beziehungsweise diese Episode, diese Folge, 100%. Ah, schön, Leute. Schön. Aber ich würde sagen, das ist was mit dieser Folge. Aber wo packen wir noch ein Level? Ja, wir haben acht Streich in dieser Shop, glaube ich nicht. Ja, ich würde sagen, das ist was mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Doraeen. Doraeen.